Ich darf zu dem 50-jährigen Jubiläum herzlich gratulieren, als älter Zentralpräsident an Jahren. Und die machen das hier und das geht. Mit Sicherheit sehr gut weiter. Und ich freue mich auf das Jubiläum. Ehrenmitgliedertreffen ist immer ein schöner, geselliger Tag. Und dann freut sich auf das, dass man noch zusammenkommen kann, freut sich über den Erfolg, den man miteinander feiern konnte. Und dass man noch heute eine schöne Kameradschaft hat. Das ist das, was ich als ehemaliger Zentralpräsident freut hätte, wenn das so weitergeht. Und trotz allem, der Mitmenschen will er geben, um zu retten, auch innerhalb der Organisation, Redoc, das ein bisschen zu haben. Wir pflegen und hoffen und wünschen, dass möglichst wenig, aber wenn wir darauf haben, effiziente, erfolgreiche Einsätze sind. Das sind meine Geburtstags- oder Jubiläumswünsche an Redoc 2021. Und meine Geburtstags- oder Jubiläumswünsche an Redocicien. Und meine Geburtstags- oder Jubiläumswünsche an das ist 20 Grad.